...seine Ehefrau Marie-Pierre trainiert. Wendy Proofs aus den USA bei ihrer Bodenkür. Zugehörer zum Auftakt, also Doppelsalte rückwärts mit Drehung um die Längsachse des Körpers. Untertitelung des ZDF, 2020 So, mal sehen, was jetzt noch kommt nach dem Sukahara und dem Doppelsalto. Jetzt zum Abschluss, ja, ein Doppelsalto, fast gebückt, kann man sagen. Wendy Proofs, die 16-Jährige aus Florida. Und jetzt zum Abschluss, der europäischen Kölzer, die Korea im Wagenzug.